Guck mal, die hängen da fest. Das nächste ist, habe ich überlegt, wenn wir die großen Tiere mitnehmen und ein Steingolem kommt, kriegen wir die wahrscheinlich nicht mehr vom Steingolem weg. Also ein Paracea würde vielleicht auch reichen. Somit haben wir dann noch einen zweiten und können immer den Plattformen wechseln. So hier Miley und Moralapostel. Ich bring mal eben den großen weg. Nochmal. Ja, ich glaube Murmel darf auch mal hierbleiben, ne? Einer reicht. Von mir aus. Du kannst den Moralapostel da mal rauslotsen. Meine Grace folgt dir. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich will meine Grace haben. Wo bist du hin, unterwegs? Ich wollte nur den Moralapostel irgendwie raus holen. Oh, den? Was? Oh, der folgt dir jetzt. Der hängt aber fest zwischen den Steinen. Ich komme. Da werde ich noch nicht mehr raus. Wie gesagt, nicht so alleine Aktionen nach vorne rennen und irgendwas großartig hier Stress anfangen. Lass uns lieber gemeinsam das machen und voll mehr wenn Tiere dabei sind. Bust du denn jetzt dein... Ah, Meile ist dabei. Alles platt? Nee, Löwenzahn. Löwenzahn. Der Säbelzahntiger noch nicht und ich komm nicht dran, weil der Morello ist gleich platt. Wenn er sich dazwischen gedrängt hat, der blöde, von anderen Seite müsste ich... Okay, er ist blatt. Oh Gott, der Morello, ich kann nicht mal ran, weil er da an das Loch an ist. Ähm, jetzt hängt er, häng ich mit ihm zusammen fest. Toll. Genau, geh mal einen Schritt zurück. So, wo ist denn der Skilltür? Hat er denn Bären drin? Der hat jede Menge Bären drin. Ich hab auch ein paar Bären drin. Dann fütter den mal. Ich skill den Morello auf... Gesundheit. Genau. Oder auf... Ich muss jetzt... Nachkaufsschaden. Ich muss eh mal ganz kurz eine Minute aufkampf. Wo soll ich denn hin? In welche Richtung? Hier warten. Erstmal bleiben wir hier stehen, weil ich muss mal ganz kurz aufkampf. Ja. Ja. Viel zu viel. So. Gewicht. Oh, der kann ja... Massig tragen kann der ja. So. Gewicht. Oh, der kann ja... Boah. Okay, dann mach ich das hier mal wieder alles aus dem Inventar raus. Pack die Sachen zurück. Bin wieder da. Jo, jo, jo. Ja, du gehst da hoch. Ich geh in die andere Richtung. Wo wolltest du denn hin? Ich wollte nur so einen kleinen... Ich wollte nur nicht... Ich wollte hier so an der Wüste entlang zu den Bergen dahin. Damit man nicht wieder an dem Steingolem vorbeikommt. Ich... Hab wieder nur die Hälfte verstanden. Ich... Steingolem hab ich eigentlich so gut wie überall gesehen. Äh, die andere Idee wäre durch die Wüste. Hab ich doch grad gesagt. Am Rande der Wüste lang. Oh, ja. Ich hab nur die Hefte verstanden hier. Kommt was an über diesen blöden Discord. Am Rand der Wüste entlang. Genau. Das mein ich nämlich auch. Aber am Rand waren auch Steingolems. Nur in der Wüste selbst hab ich nie welche gesehen. Beziehungsweise sieht man das, weil da in der Wüste so ein einzelner Stein recht gut zu erkennen ist. Ja, nur da ist jetzt Stacheldrachen und sonstiges. Ja, ich muss auch nochmal ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. So. Oh nein. Jetzt... Mein Vieh. Jetzt kommt hier gleich irgendwas. Gizmo beschwert sich. Wüstenmäßig. Gizmo beschwert sich. Es gibt Unwetter. Wo ist denn unser, äh... Wo ist denn denn? Kommt der da nicht hoch? Wird sich eh beschweren. Unser Murmeltier. Wir haben noch ein Murmeltier mitgenommen. Das folgt dir, ne? Unten läuft was schnelles. Ah, da kommt er. Es kommt. Okay. Gut. Ja, ich wollte hier lang. An der Wüste dann vorbei. Komm nicht aus. Ich komm mit. Ja, ich mache Wolf und Ferrofogel. Machen wir kalt her. Wir laufen Steingohlem. Sehr weit von uns entfernen. Steingohlem. Genau. Und weit entfernt. Du bist gerade über so einen Käfer gelaufen. Hast du das gelernt? Was ist denn da mit den Steingohlem? Links von uns. 9 Uhr. 9 Uhr? Na, ich guck nochmal hin. Jetzt hat er sich wahrscheinlich schon klein gemacht. Das sehe ich nicht mehr, ne? Ich sehe da hinten nur einen Güten und Moralo. Ja, erstmal machen wir eine Ausspähaktion. Wir haben jetzt schon auch schön viel Leder gesammelt. Und das war alles gut. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wenn es zu heiß wird, können wir ja immer noch... Ja, ich habe einen Fenro dabei. Ich guck mal, ob ich was sehe. Ich mache mal hier die Wölfe mit. Ich sehe hier noch nichts. Soll ich dir helfen? Mach bloß nicht das falsche Platz. Noch nicht. Ja. Das ist falsch. Ja, nicht, dass du zum Beispiel auf das Gürteltier da drauf gehst, was da ist. Warum? Ja, weil dann hast du nämlich gleich ein Problem. Das ist ja jetzt so krass. Ah, der ist gerade eingerollt. Ich glaube, der braucht immer mehr. Bis jetzt war das immer so, wenn die sich ausrollen, sind die erstmal wieder friedlich. Hab ich noch in Erinnerung. Wir könnten Feuer mal bei dir oben drauf bauen. Dann können wir da grillen. Ja. Ja, mach mal rein. Mach mal rein. Ich kann auch erstmal alles in das Vieh reinpacken. Du baue das mal, dann pack es in den, äh, in den, hier in den Paranoid und dann kann ich das hier oben drauf stellen, weil ich kann ja nichts bauen. Du hast ja die Werkbank mit den Sachen, oder? Wie wäre es, wenn ich ein bisschen vorlaufe, den Speer mache, weil ich glaube, ich schneller bin als du, du den Moralapostel nimmst, weil, wenn irgendwas böse ist, ich weiß auch nicht, wie schnell du abbauen kannst. Übrigens kommt jetzt richtig Umwetter, ne? Du, ich bin schneller als du, oder? Wolltest du den mal anpfeifen? Ja. Na gut. Na, ich hänge in so einem ganz kleinen Mini-Stein fest. Aber der Volk ist trotzdem mit dem Moralapostel. Guck, guck mal, da drüben ist ein Ding, soll man mal reinschauen? Steingolem, Steingolem. Oh ja, da hinten. Wo gehen wir hin? So, Wald entlang geradeaus. Guck mal, da siehst du rechts den Berg, ne? Da hatte ich mein Agentaris gezählt. Gehen wir hier lang, wo ich lang gehe? Ist das gut? Ja, genau, genau. Drachen, Echse. Okay. Zwei Drachen, Echsen. Ne, wir gehen weiter. Okay. Wo halte ich mir rechts? Also da hatte ich meinen gesehen, vielleicht siehst du da ja auch irgendwas. So, alles noch da? Ist auch der kleine Dings da? Jo, der kommt auch hinter. Ach so. Keine Ahnung. Der folgt doch dir oder nicht? Ich bin da eigentlich schon ausgegangen, dass du da auch mit drauf guckst. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich hab ihn verloren. Egal. Egal. Na, schade. Der war echt gut. Der kommt bestimmt irgendwann nochmal oder wenn wir zurücklaufen sehen. Wasserquelle? Hast du Durst? Ne. Ich müsste was essen. Ja, dann mach das mal eben schnell einen Grill bei dir oben machen, weil ich brauche auch gleich schon wieder was. Mach dir mal. Kraft und mal. Guck, warte mal. Ich kann gar nichts wollen, weil ich gar nichts dabei habe. Hast du so viele Sachen dabei? Ich hab auch weder Holz noch Stroh noch sonst irgendwas. Ich hab mit der Grace gerade im Holzbruch. Diese Mantis, diese Gottesanbieterin, die sind ja krass. Da kannst du, äh, die haben ja auch Hände, ne? Die haben einen Slot mehr. Und die Hände kannst du mit zwei Schwertern bestücken, mit zwei Äxten, mit allem möglichen, mit zwei Fackeln, alles kannst du da dran packen, was du in die Hand nimmst. Und dann haben die so extrem viel Schaden zum Beispiel, wenn du da zwei Schwerter dran packst. Machen die mega viel Damage. Oder du machst halt zwei Äxte dran und gehst da mit Holz hacken. Und hackst da ohne Ende. Ja, krass. Die sind echt fett, die, äh, Gottesanbieterin. So, ach so. Ja, pack's in die Dings, dann nehm ich's so raus und postier's. Ach, was haben wir denn hier schon? Kaktus und so, ja, äh. Na ja. Ich tu dir Fleisch rein, ne? Ich postier das mal direkt. Holz. Holz. So. Holz. Fleisch. So. So, wenn du was brauchst zum Craften, ist alles in deinem Riesendino. Alles klar. Gut. Weiter hier auf dem Berg hoch? Okay, weiter. Ja. Hier hoch gehen irgendwie? Wie? Also, bei dem hab ich noch nie welche gesehen. Rechts dem Berg, ne? Dahinten. Was? Hier hatten wir das letzte Mal welche gesehen. Da oben war doch hier oben, wenn wir hier oben drauf gehen. Das ist nicht der gleiche. Das ist nicht da, wo der Tempel drauf ist. Lass mich kurz überlegen. Ne, der ist weiter hinten. Sollen wir trotzdem mal ein Stück hier hoch und mal gucken. Das ist ein kleinerer Berg. Wenn wir schon mal grad da sind. Ne, da ist nix. Kannst machen, aber... Was liegt denn hier? Was liegt da, ne? Ein Geier liegt hier. Ja, weil man sieht die Vögel ganz gut. Ich geh mal weiter zum anderen Berg, weil ich denke da sind eher welche. Aber es wäre ja schon ganz cool, wenn du mitkommst. Ja, ich seh da hinten aber Vögel. Ne, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, okay. Ich komm hier drüber. Wo bist du? Unten wieder am Fuße des Berges. So, guck mal. Wo ich jetzt hier bin. Da habe ich meinen Vogel gezähmt. Und den habe ich, ähm... Ja, von irgendwo da hinten her gelockt. Was läuft denn da so schnell? Der fliegt fast. Okay, der Geier. Guck mal rein. Da sind... Was ist das? Ne... Ne, noch eine Motte. Ich kann mich hier nicht an diesen Felsvorsprung erinnern. Das ist ein bisschen... Das ist ein kleiner Tempel. Siehst du den? Boah, ich will den von einem Drachen anholen. Ist tot. Ich komm zurück. Kannst du da gerne Leder russholen? Naja, so weiß ich. Was ist das denn hier alles? Anders kann ich mich gar nicht ansehen. Ich muss mich verklammern. Oder ich war in der Etage weiter oben. Ich sag ja, das ist der Berg, wo wir sind. Der Berg ist das eigentlich gewesen. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Also ich sag dir, der Berg, wo ich grad hoch wollte, ist der, wo der Tempel oben ist. Ja, ich glaub du hast recht. Auf die Karte gucken. Ja. Also ich bin ja hier oft flurirrbar, aber diesmal bin ich mir sicher. Jo. Ja, stimmt. Ich denke, du hast... Kräuter habe ich trotzdem meinen Vogel nicht gut. Aber ich sehe da hinten, glaub ich, schon einen Vogel. Du bist gleich angegriffen von der Seite, links. Guck mal an den Ameisen. Was? Und ein Wolf. Oh Gott. Ich seh da einen Vogel, da hinten ist ein Agentavis. Ja warte, helfen wir mal erstmal hier. Wir sind hier voll im Kamm. Wo bist du denn? Es sind zu viele. Hinter dir. Fahre, Kämpfer mal schnell. Der Wolf, der macht mich kalt. Ich bin noch dabei. Ja, super. Tod? Oder noch mehr? Ja. Und da sind noch Ameisen gekommen. Ich sehe diese Ameisen leider nicht. Die sind so klein. Die sind nicht klein eigentlich, aber... Guck mal, da bei Morello sind die jetzt. Jetzt nicht mehr. Okay. Guck mal da, was da alles kreucht und fleucht. Siehst du den Agentavis da hinten fliegen? Auf... Ähm... 14 Uhr. Ah, ganz hinter dir versteckt. Ich hab dich nicht... Hab dich erst nicht gesehen. Ne. Oh, da ist eine... Da ist eine Gottesanbieterin. In der Wüste. Guck mal. Ja. Auch. Alles. Und ganz viele... Ja, dann lass uns mal... Was machen wir? Langsam an dem Fels. Ja, da auf dem Fels oben sind ganz viele Kanosaurier. Ja, da muss man vorsichtig sein. Da würde ich jetzt nicht gerade ausgehen. Ganz viele. Ich sehe da vier Stück. Da sind vier oder fünf Stück. Direkt hinter dem einen Felsversprung der... sind die versteckt. Also jetzt sehe ich... Drei. Und zwei Drachen. Ja, wenn und hier dann. An dem Terrorvogel. Lass uns Schlangen. Denk dran, die betäuben einen. Auch noch. Der rennt weg, der Terrorvogel. Lass uns erstmal wegrennen. Rechts von uns kommen Schlangen. Die sollten wir nicht außer Acht lassen. Guck mal rechts. Red ich schon mal rüber. Kommt. Nein. Oder rennst du weg? Ach man, ey. Ich kann so schnell... Schlecht laufen. Nee. Schlangen ist platt. Was kommt hier für die Tausend Schüßler? Ja, genau. Und der Hortel ab. Macht grad nix. Kannst lassen. Ich war deine Ausdauers kämpfe ich doch hier. Was ist das? Nö. Oder? Sehe ich was? Nö. Da kommt ein Skorpion. Wo ist denn jetzt hier vorgelegen? Ach, da oben fliegt er. Oh, schönes Tier. Oh, schönes Tier. Wie kommen wir da jetzt ran? Mal verstehen, mal verstehen. Ich will mal eben den Morello aufleveln. Der kann ja hier ein bisschen leveln hoch. Mehr Energie. Okay, weiter. Ja, die Frage ist jetzt... Wohin? Reicht die Schlange erstmal platt machen? Die Schlange? Ach, da. Hier, guck mal wo ich bin. Da ist eine Schlange. Sie holt ab. Ja. Aber kann sein, dass sie wiederkommt. Die dreht meistens nur. Die Tiere an sich. Ich muss mal hier aufpassen, dass es nicht von hinten irgendwie da ankommt. Hier jetzt hoch oder zum Vogel. Da hinten sind Ankylos. Zu denen können wir kommen, die beschützen uns. Wenn Stress ist. Hier rechts an der Wüste entlang. So, und hier muss doch auch irgendwo der Agentar bis gewesen sein. Ja, da oben fliegt er doch. Da oben fliegt er. Ne. Ein einziger. Und der ist verdammt schön. Guck mal, der ist weiß und hat gelbe Flügelspitzen. Die Kanu sind direkt zu zweit. Ja. Ein ganzer blöde Viehzeug hängt zusammen. Hinter dir kommen Schlangen. Ein Kanu würde ich gerne. Hinter dir kommen Schlangen, Remo. Die wollen an den Morello. Ah. Guck mal, Morello. Eine Zeke Morello um mir fest. Hat er die Kalt gemacht. Ja, von wegen. Die Ankylos beschützen uns. Der greift uns nicht an. Ach, du hast den Ankylos angehauen. Ja, durch das große Vieh. Du hast so eine weite Angriffsreichweite, dass du dich direkt, äh, dass du den direkt gefühlt hast. Ich glaub, entweder ganz weg oder musst du ihn kalt machen. Hey, der steht einfach nur hinter dir. Jetzt ist er wieder friedlich. Ich glaub, der hat Schiss vor dem Großen. Ist wieder gut. Ich bin aber auch. Also, wir sollten jetzt mal hier hochgehen, oder? Würde ich sagen. Am besten an den Kanus vorbei. Am besten hier an der Seite langschleichen. Soll ich mal einen Kanu rausziehen? Und wieder mit daher einfach. Mach ich. Bin ich schon. Vielleicht tun die uns ja gar nichts mit, weil wir von meinen großen Tieren. Ah, ich glaube doch. Zumindest nicht. Deswegen greifen ja auch alle Moralaposten an. Dann lauf mal vor. Da oben sind zwei. Guck mal. Direkt zwei. Lauf weiter. Der Morello wird angegriffen. Oh, der dreht ab. Stein. 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 Er rennt bei Alper weiter. Er rennt bei Alper weiter. Oh. Arme Morello, der Gute. Aber wir müssen ihn leider opfern. Da haben wir keine Chance. Jungen, er ist selber schuld. Du legst mich mit dem an. Morello ist tot. Okay. Hier ist ein Vogel. Oh, hier ist direkt ein Vogel. Bei mir ist einer, ne? Hier auch. Ja, und hier auch. Hier ist ein zweiter. Was machen wir denn jetzt? Denkt dran, die greifen uns direkt beide an. Wir sollten erstmal hier, wo ich bin, den einen nehmen und den zweiten Anlass. Der greift mich aber schon an. Was soll ich machen? Ja, du warst nah dran. Äh, betäubt. Bin dabei. Ich muss auch gehen mit dem Dingens. Ich hab leider nur vier Pfeile. Äh, 14. Er liegt, er liegt, er liegt. Okay. Ich geh mal hin. Unten ist übrigens Scheingold. Was muss ich da reinmachen? Wo liegt der denn Fleisch? Nee. Hast du was dabei? Machst du? Ich hab kein Fleisch dabei. Was? Aber ich trau mich nicht auszusteigen. Warte mal, ich geh mal nach links neben dir. Doch, ich hab Fleisch. Ich mach schon. Bleib du mal da als Schutz. Bleib du mal als Schutzschild da. In dem Ding hier ist ganz viel Fleisch drin. Ist der tot oder lebt der noch? Der lebt noch, ne? Der ist betäubt. Ja, der ist nur fast tot. Der hat nicht viel. Wenn der einmal zugebissen hat, schiebe ich dem noch Fleisch hinterher. Weil der kriegt nämlich dann die Energie wieder hoch. Ah, sehr gut. Alter, wenn wir das schaffen, ne? Das wär's doch. Das wär echt... Wie gesagt, du meinst dich in die Wüste geholt, wie du das schon gesagt hattest, wo es nicht ganz so wild ist. Geschützt von Paracäern. Ja. Oh man, zwei Steingolems seh ich da, ne? Also, ähm... Die da liegen. Und lauern. Ja. Als Stein getan. Ja, ja. Als Stein getan... Ach, die goldenen, ja. Der eine, der hinten unseren Dings... Platz gemacht hat. Verdammt, der eine... Vogel wird angegriffen. Äh... Das ist nicht egal. Äh... Der Vogel hat echt jetzt den, äh... Zahndrahtblatt gemacht. Echt? Ja, das kann man sagen. Wir sind nicht ohne. Komm, beiß mal zu hier. Kann ich nicht zubeißen. Und der Vogel muss erstmal wieder ein bisschen Energie holen, dann logge ich den mal hier hoch. Und welches Level hat der? Kannst du das gucken? Achso, warte, ich guck mal, ich habe ein Fernglas. Was? Ja. Level 1. Level 1. Ich gehe mal langsam runter. Und der ist echt schön. Weiße Flügelgelber schafft. Ich finde ihn total geil. So, guck mal, ob du irgendwas siehst in meiner Nähe. Ob der hier gleich was Böses kommt. Zwei Skorpione sehe ich da. Beziehungsweise hast du mir nichts in den Rücken fällt. Vorne sehe ich ja selber. Nur von der von hinten gucken will. Ja, das sieht gut aus. So, ich hole mir den gleich. Ich habe allerdings nur noch 11 Pfeile. Ich treffe den nicht. Wieso treffe ich den nicht? Ich muss mir ja ahnen. Zieh ihn mit einem Pfeil hoch. Doch. Ich habe ihn schon getroffen, aber er kommt nicht. Der ist hier vielmehr auf... Jetzt kommt ein Kanu. Jetzt kommt ein Kanu zu dir. Ja. Geht aber noch, oder? Ja, der ist aber auf dem Weg zu dir da. Ja, ich sehe es. Der Vogel fliegt weg. Och nein. Mach doch nicht sowas. Der Vogel ist weggeflogen. Oh, jetzt kommt der Kanu zu euch. Und der rennt weg, der Kanu. Was ist denn los? Ich habe ihn gelegt. Ach du hast eine Idee. Ach so. Pass auf, pass auf. Wegen dem Stein. Ach du mal auf den Schacheldach. Ja, pass auf wegen dem Stein. Nicht zu nah dort. Den kannst du ja direkt auch mal tamen, den Kanu. Hier ist ganz viel drinnen. Hier ist ganz viel drinnen. Hier ist ganz viel drinnen. So feurig. So, fünf Narkotik tue ich immer rein, standardmäßig. Und dann Fleisch. Ja. Die kann man gut laufen auf der Schräge. Ja, der Vogel ist weg, ne? Ja, der ist ja unten am Wüstenrand ist der. Weißt du, was wir hätten machen sollen auf dem Paracea? Ein Bett. Hätten wir hier so rumjumpen können, machen wollen. Oh, warte mal. Na ja. Ich kann mich ja herstellen was. Ich guck mal, was brauche ich denn für ein Bett? Ja. Wirst du wahrscheinlich echt alles haben. Holz, Stroh, Fasern, Tierhaut. So, Holz. Keine Fasern. Wie viel brauchst du? Weiß nicht, 80 oder so. 130 hab ich reingeschmissen. Alles klar. Wo ist das Bett? Hier eine Tasche rum, haben wir was abgeworfen. Was ist denn hier alles drin? Was? Das Feuer, das Feuer ist kaputt gegangen und lag da. Der Inhalt des Feuers, unser Fleisch und so weiter. Ich tue es jetzt hier rein. Was? Guck mal nach, das Feuer ist bestimmt kaputt gegangen. Mit wegen einem Vogel, der hat gekämpft. Stimmt, Feuer ist kaputt. So, der Stacheldrache kommt schon sehr nah. Welches Level das? Soll ich das Bett in das... Geht nicht. Ne, warte, bevor du da was baust. Ich wollte eigentlich sagen, aber gerade jetzt ist es so riskant, dass du einmal den Sattel abnimmst und guckst, ob das Zelt verschwindet. Weil das müsste... Ich weiß nicht, was passiert, wenn man einen Sattel, der bebaut ist, abnimmt. Ob das dann alles weg ist, ob das... Weil das Zelt ist Quatsch, das hilft uns auch nichts. Warte mal. Das... Äh... Draufschlagen vielleicht? Aber man sieht ja nicht mal, dass es Energie verloren hätte. Ah ne. Das ist aber doof gemacht, wenn man machen. Sattel kann nicht entfernt werden, solange Strukturen da auf sind. Boah, das gibt's doch nicht. Das hat so'n Blödsinn. Kaputt machen kann man es auch nicht, dann ist es jetzt gebackt. Ja, dann machst du da rein. Geht nicht. Kannst du daneben machen, so komisch. Damit wir noch ein bisschen Platz haben. Okay. So. Was macht der Vogel hier? Ja, man, dann könnte ich jetzt gucken und so rein. Ich will hier nicht absteigen von dem Dicken. Geht. Das ist okay. Mach du mal den Speer. So. Okay, okay. Boah, der Stacheldrachen da, der Goldene, der sieht so geil aus. Den hätte ich gern. Ja, der... Der mit den rötlichen Schuppen da unten. Ach, dann siehst du ihn nicht. Der uns gerade so nah kam. Der sieht so schick aus. Und dann gibt's da noch einen ganz schwarzen. Der läuft da auch noch einen ganz schwarzen rum. Ja, den sehe ich auch. Ja, und daneben ist der Goldene hier. Oder, sag ich mal so, rotbraun. Ja. Kastanienbraun. Ja. Drei Stück. Ja. Der eine ist ja nur billig grau. Ja. Ja.